Grüß euch, da spricht der Christian von Sportlehner. Ihr als Radfahrer habt sicher schon mal alle extremen Erlebnisse gehabt mit Autofahrern, LKWs im Straßenverkehr. Und das ist einfach absolut uncool. Und deswegen gibt es mittlerweile extrem coole Produkte, wie man das vermeiden kann, wie man einfach als Radfahrer aktiv im Straßenverkehr gesehen wird. Und dazu haben wir für euch getestet das Bondrager Flair Air, das ist ein Tagfahrlicht extrem oder extra dazu entwickelt worden ist, eigentlich, dass man unter Docks gesehen wird. Und im Gegensatz zeigt ihr auf dem Video, oder sieht man eben auch nicht am Video, das Bondrager Glow in Amber. Und das müsst ihr euch jetzt einfach mal anschauen. Wie ihr seht, ist es einfach so, dass ein normales Licht unter Docks zu wenig ist. Deswegen kommt vorbei, probiert es aus. Ihr könnt es 30 Tage lang lesen, das ist die Bondrager Guarantee. Und die ist gut. Tschüss.